Jetzt gerade wurde der Bildungsbericht vorgelegt, ist wenige Tage her. Das ist eine Untersuchung, die so den Stand unserer Bildungslandschaft regelmäßig feststellt. Und in diesem Jahr war dieser Bildungsbericht besonders traurig, trauriger als er in den letzten Jahren ohnehin schon immer gewesen ist. Die Zahl der jungen Menschen ohne einen Schulabschluss, ohne eine Berufsausbildung, die steigt. Und damit ist unmittelbar natürlich eine Lebensperspektive verbunden. Chancen im Leben machen sich an der Qualifikation, an Bildung fest. Und insofern ist Armut sehr oft eine Folge auch von Bildungsarmut. Das darf uns nicht kalt lassen. Jetzt in der Corona-Zeit hat sich diese Schieflage noch sehr viel stärker bemerkbar gemacht. 30 Prozent der Schülerinnen und Schüler hatten keinen Kontakt zur Schule während der Zeit. In vielen Fällen scheiterte das Homeschooling schon an der Verfügbarkeit von Hardware. Wer also aus einer ärmeren Familie kommt, wo nicht überall ein Tablet rumliegt, der hat dann schon gleich viel schlechtere Bildungsmöglichkeiten. Das heißt, die Probleme der starken Herkunftsorientierung in unserem Bildungssystem, also der Zufall, in welche Familie und an welchem Ort du geboren wirst, entscheidet über deinen Lebensweg, der wird dadurch natürlich noch sehr viel stärker hervorgehoben. Und wir möchten gerne unser Bildungssystem neu denken. Es muss fairer und leistungsfähiger zugleich werden. Die Schülerinnen und Schüler haben ja eine Schulpflicht, also müsste es umgekehrt auch eine Unterrichts-, eine Bildungspflicht für den Staat geben. Sprich, auch dann, wenn Homeschooling, wenn Distanzlernen notwendig ist, dann muss der Staat gewährleisten, dass das eben auch in digitalen Medien mit digitaler Unterstützung möglich ist. Und für uns ist das ein Mondfahrtprojekt unserer Gesellschaft, das Bildungssystem im Jahr 2020 wirklich an die Notwendigkeiten einerseits und an die Möglichkeiten andererseits anzupassen. Für mich beginnt das mit einem nationalen Bildungsrat. Wenn 16 Länder das für sich alleine machen, oft genug kommt es dann zu Reibungsverlusten. Vielfach fehlen auch überhaupt die Kompetenzen, fehlen die finanziellen Möglichkeiten für kleinere Länder. Also nationaler Bildungsrat, der über Standards, der über Methoden sprechen kann. Gerne auch Bund, Länder und Experten zusammen, die das machen. Also etwas mehr Vergleichbarkeit und Gemeinsamkeit in unserem Bildungsföderalismus. Dann mehr Kompetenz in die eigene Schule. Die müssen vor Ort flexibler mit auch Budgetmitteln umgehen können. Weniger Bürokratismus bei der Beantragung von Mitteln aus dem Digitalpakt. Da gibt es ja schon Ideen. Aber wenn jetzt jeder, der, ich glaube in Deutschland, Zehntausende Schulen ein eigenes Medienkonzept macht, dann verlieren wir auch Zeit. Das kann auch viel weniger bürokratisch bei der Beantragung vermitteln werden. Der Bund muss sich engagieren, finanziell und konzeptionell, bei der Weiterqualifikation der Lehrerinnen und Lehrer. In jedem Fach kann man auch digitale Didaktik nutzen. Medienkompetenz brauchen die auch. Da, wo es noch einen Nachholbedarf gibt, individuell, da muss die staatliche Verantwortungsgemeinschaft tätig werden. Also, in einem Satz gesagt, wir wollen weltbeste Bildung und leider nähern wir uns dem Ziel nicht an, sondern wir werden in Deutschland durch Corona jetzt auch eher schlechter. Eine ganze Generation ist in ihrer Bildungslaufbahn beeinträchtigt. Umso stärker müssen wir uns jetzt für dieses Thema politisch auf allen Ebenen engagieren. Und das ist das Thema politisch auf allen Ebenen.